So, heute geht es um Zaubersprüche. Das Buch 1000 Zaubersprüche habe ich hier und mal gucken, was da drin steht. Ah, der könnt ihr hinhauen. Man soll im Schlafanzug sein. Oh ja, bin ich jetzt ja auch. Dreimal in die Hände spucken und dann Simsalabim sagen und dann erscheint ein Frosch. Ich gucke mal, ob das geht. Simsalabim. Oh ja, guck, das hat gut hingehauen. Und wie kriege ich den jetzt wieder weg? Nochmal das Buch holen. Frosch geht wieder weg. Dann mit Simsalabim. Ah ja, das versuche ich jetzt mal. Sumsalabim. Der ist immer noch da. Was ist denn jetzt los? Ach nee. Was wollte der Frosch uns sagen? Dreimal in die Hände spucken. Sumsalabim. Ah ja, jetzt sieht man. Es hat geklappt.